hallo ihr lieben herzlich willkommen auf dem kanal ja heute ist der erste advent und es ist mal wieder zeit für ein kreativ video und wir basteln heute zusammen etwas ganz ganz bezauberndes denn wir basteln heute zusammen hier so ein schwippbogen und den könnt ihr individuell gestalten und der ist überhaupt nicht schwer und deswegen habe ich gedacht ich mache davon ein video und zeige euch mal wie das ganze geht denn erstens mal ist das auch noch eine schöne geschenk idee für weihnachtsgrüße also man kann das auch in so einem kartenkarton verschicken geht noch als brief ja ihr wisst ihr könnt briefe bis fünf zentimeter verschicken das hat jetzt hier drei zentimeter oder man kann das auch zu hause dekorieren in der fensterbank oder auf dem regal und vielleicht von hinten noch beleuchten eine wundervolle zauberhafte idee ich habe hier bei meinem beispiel die christmas carolas von charlie und paulchen benutzt und ein paar bäume im hintergrund und ja ich finde es einfach nur bezaubern man kann dieses kleine schwippbögel natürlich individuell gestalten mit was man möchte also man kann auch heute häuser häuser reinsetzen oder tiere je nachdem und das überlasse ich euch ja wie ihr das machen wollt so wir fangen auch schon an und ich zeige euch mal was ihr zu diesem wunderschönen süßen schwippbogen braucht also braucht erstmal streifen das wird der bogen und zwar der hat jetzt drei zentimeter mal 30,5 ich habe hier einfach einen ganz weißen cardstock genommen und dann braucht ihr ein stück weißen cardstock der hat jetzt ein maß von 14 x 15 und das ist eigentlich schon alles was ihr braucht diese beiden teile um diesen schwippbogen herzustellen und die müssen wir noch ein bisschen falzen natürlich braucht ihr auch noch ein bisschen deko ich habe mir ein paar bäume ausgesucht ein paar figuren von charlie und paulchen und ja also was ihr da habt sucht ihr euch aus vorher stand euch das alles aus legt euch das zurecht und dann fangen wir auch schon an also wir fangen mal mit den beiden sachen hier an und zwar mit dem streifen der streifen wie gesagt hat 3 x 30,5 und der wird jetzt an beiden seiten bei 1,5 zentimeter noch mal gefalzt das mache ich jetzt gleich mal jetzt drehen wir die noch mal um und auch hier wird er bei 1,5 zentimeter gefalzt so sieht das ganze aus dann nehmt ihr euch euer papier in 14 x 15 und die längere seite wird jetzt gefalzt und zwar fangen wir an bei 1,5 zentimeter der wird jetzt praktisch durch gefalzt bis auf die andere seite 1,5 dann haben wir drei zentimeter immer bei 1,5 macht ihr jetzt hier eine falz bei dem karton so dann haben wir 4,5 dann schiebt ihr weiter auf 6 zentimeter dann 7,5 dann auf 19 zentimeter entschuldigung frisch im hals dann auf 10,5 naja und das macht ihr jetzt bis zum ende also immer 1,5 zentimeter dann kommt natürlich die 12 als nächstes und dann sind wir auch gleich schon am ende und als letztes nehmen wir noch die 13,5 und dann ist der cardstock komplett durch gefalzt und die falzen sind immer bei 1,5 ihr könnt euch auch gerne ein scorebrett dazu nehmen wenn ihr das wollt ich habe jetzt einfach mal den papierschneider genommen dann braucht ihr natürlich ein falzbein und jetzt wird das ganze gefalzt und zwar wird es auch so ähnlich wie wer das video gesehen hat auf meinem kanal von der schneekugel aufgerollt ja also das ist eigentlich die ganze technik an dem ding das heißt wir falzen jetzt diese falzkanten jeweils nach und rollen das ganze nach innen so und jetzt drehe ich das rum und jetzt mache ich dasselbe hier drüben auch das heißt das wird jetzt wie so eine schnecke eigentlich zusammengerollt und somit entsteht das was wir brauchen unser korpus des schwippbogens so sind die alle so zusammen und jetzt könnt ihr die nämlich hier so aufrollen seht ihr das und dann entsteht wieder der schlitz den ihr braucht für figuren und das kleben wir jetzt einfach zusammen geht auch ganz einfach das heißt an die unteren enden die dann auf dem boden stehen gebt ihr euch jetzt den kleber also überall kleber ich würde jede seite einzeln machen das heißt ich beginne mit einer seite gibt er jetzt den kleber dran dann rolle ich mir das ganze auf drücke das an hier könnt ihr gerne mit so einem stift wenn ihr irgendwas habt hier mal so rein gehen und das unten auch nochmal andrücken auf beiden seiten das ist wichtig dass es richtig klebt so und jetzt mache ich das auf der anderen seite und da gebe ich mir das auch auf das ende und für die festigkeit machen wir jetzt noch folgendes bevor wir das jetzt hier fest kleben ihr habt jetzt hier den kleber dran dann dreht ihr euch das um und gebt auf das was zusammengerollt ist hier an den seiten nochmal so ein ganz kleinen streifen kleber drauf an beide enden so dass ihr das zusammen kleben könnt an den enden so und dann rollt ihr das wieder auf genauso wie bei dem ersten drückt es schön nach unten kann man auch mit den händen so ein bisschen nachhelfen hier auch noch mal mit irgendwas rein gehen also das falzbein passt hier nicht rein deswegen sage ich immer zu euch ihr müssten irgendwie so ein stift nehmen und wenn ihr das gemacht habt dann nehmt ihr die hände und drückt diese beiden klebestriche hier links und rechts noch mal so ein bisschen zusammen bis der kleber anzieht und dann haben wir auch den korpus von unserem kleinen schwebbogen schon fertig ich finde die idee auch ganz ganz toll für schulen oder kindergärten um tische zu verschönern als tischdekoration oder im büro könnt ihr das auch hinstellen wenn ihr da irgendwie so ein tisch habt also einfach nur toll so ja jetzt klebt das ganze und jetzt können wir auch weitermachen und zwar jetzt kommt unser bogen ihr könnt natürlich auch erst bevor ihr den bogen drüber spannt dekorieren das könnt ihr auch machen also praktisch die figuren ausrichten die hier einkleben wollt das ist euch jetzt überlassen wie ihr das macht ich weiß nicht ob das jetzt sinn hat also die bäume werde ich definitiv erst dran kleben wenn der bogen dran ist das hat den hintergrund dass ich die bäume bis zu dem also manche bäume bis zu dem bogen hier oben geführt habe und habe die dann erst hier oben abgeschnitten und auch angeklebt die dann eben genauso hoch sind wie mein bogen deswegen habe ich den bogen vorher drüber geklebt die figuren lassen sich natürlich besser einkleben wenn ihr das vorher macht also vor den bäumchen und ich habe mir hier mal ein paar kinder ausgesucht von unseren schlittschuh kindern da gibt es ja verschiedene und die werde ich mir jetzt hier mal in den schlitz reinkleben also man könnte die auch so reinstecken und so lassen das passt auch aber ich empfehle euch das ganze anzukleben damit es eben auch nicht rausfallen kann und wenn ihr den schwippbogen dann auch noch verschenken wollt dann würde ich euch das sowieso empfehlen so jetzt muss ich das ganze mal so ein bisschen eintakten das heißt ihr müsst es gar nicht weit hier rein machen weil wir wollen ja auch noch was von den schlittschuhen sehen das heißt ihr klemmt es hier ein zwei millimeter in den schlitz rein und drückt es einfach zusammen und wartet bis der kleber angezogen ist und dann habt ihr die ersten kinder auf der schlittschuhfläche mega süß ich habe die hier auch schon mal koloriert sehr zurückhaltend natürlich mit grautönen weil ich jetzt auch keinen bunten schwippbogen wollte man kann die kinder natürlich oder die figuren auch etwas anders gestalten und jetzt haben wir hier die das kleine mädchen noch was sich die schlittschuhe zu bindet und auch die soll jetzt mit hier drauf geklebt werden das heißt hier gebe ich jetzt auch ein bisschen kleber an den schlittschuh und klebt das mädchen hier dazu also ganz 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 süß ihr lieben und jetzt haben wir praktisch schon die vordere kulisse unseres schwippbogens fertig das heißt wir könnten jetzt rein theoretisch schon mit dem buchen anfangen ich möchte aber hier noch so ein bisschen schnee davor machen also manchmal ist ja auch schnee rundherum um die eisfläche wo die halt jetzt gerade schlittschuh fahren und da habe ich mir so eine art deko schnee geholt aber den habt ihr ja auch glaube ich selber zu hause der hat natürlich eine trocknungszeit und da müsst ihr eben ein bisschen aufpassen dass ihr da das nicht verschmiert und jetzt gebe ich mir hier einfach noch mal ein bisschen von dem schnee auf meine kulisse kann man auch im hintergrund noch mal so ein bisschen machen also wie ihr wollt so und damit der schnee auch schön glitzert habe ich hier auch noch jetzt so ein glitzer pulver benutzt und das habe ich in so einem ja in so einem kleinen streuer drin das heißt da müssen wir uns mal was unterlegen weil da immer ein bisschen glitzer runter fällt seht ihr das wie toll das aussieht und wenn ich jetzt den glitzer hier noch drauf gebe auf den schnee der dann wunderbar antrocknet sieht das wirklich ganz ganz traumhaft aus euer schwippbogen und das ist wirklich eine augenweite so einen kleinen süßen schwippbogen zu verschenken und jetzt klopfe ich den rest ab und seht ihr das ich hoffe die kamera fängt es ein bisschen ein es ist einfach mega mega schön so also jetzt haben wir das hier fertig gestaltet und jetzt geht es weiter mit dem bogen und mit der hintergrundgestaltung weil die fahren ja jetzt hier irgendwo auf einem see im wald rum und den wollen wir natürlich auch noch hier mit einbauen und jetzt kommt unser bogen an die reihe und zwar wir haben ja hier die falzkante links und rechts von 1,5 die könnt ihr schon mal so falzen mit der hand und jetzt kommt folgendes ihr gebt an die innenseite den kleber und auch hier empfehle ich euch seite zu seite zu bearbeiten das heißt hier machen wir jetzt mal die erste seite mit dem kleber und bevor ihr das jetzt hier auf nehmt nehmt ihr euch hier dieses teil und geht an dem oberen rand mit etwas kleber ran also hier an der kante und da damit hier auch kein keine lücke entsteht wenn wir das jetzt hier drunter kleben das heißt ich setze mir das jetzt einfach hier drunter setze hier meinen korpus drauf drückt den schön nach unten und dann nehme ich einfach den bogen und drückt den jetzt an den korpus ran und das müsst ihr halt ein bisschen halten also einfach ein bisschen mit dem finger dagegen bis der kleber angezogen ist und dann könnt ihr die andere seite machen und die andere seite wird genauso festgeklebt das heißt ihr habt dann hier zwischen dem bogen und dem korpus keine lücke ja also es ist dann komplett zusammengesetzt so jetzt drehen wir das ganze um und machen das auch auf der anderen seite das heißt ich gebe mir jetzt erstmal vorsichtig hier in der innenseite den kleber dran ist natürlich jetzt ein bisschen umständlich ja ich mache das mal so von hinten irgendwie muss ich da jetzt rankommen so also das ist fertig und jetzt kommt wieder hier etwas kleber dran genauso wie wir es auf der anderen seite gemacht haben und auch hier in der mitte könnt ihr noch ein bisschen kleber dran geben und dann führt ihr einfach den bogen wieder herum setzt es hier an und drückt die lasche einfach unten am boden fest so und jetzt kann man das ganze auch wie ihr hier seht schon aufstellen somit könnt ihr auch auf der anderen seite noch mal sicher sein dass das ganze fest angezogen ist und klebt und dann haltet ihr das einfach ein bisschen fest und wartet bis das ganze fest geklebt ist so und das ist eigentlich auch schon alles was ihr jetzt machen müsst damit der bogen dann im endeffekt so aussieht wer möchte kann natürlich auch hier unten nochmal einen abschlussstreifen drauf kleben wer jetzt diese zwei klebelaschen verdecken möchte das kann man auch machen ich mache das dann später und so sieht das ganze schon mal aus und wir wollen das natürlich ein bisschen ausbauen und wir basteln uns jetzt noch einen wald ja dazu habe ich hier ein paar bogen die sind nicht von charlie und paulchen und auch ein paar tannen die ich hier noch hatte das sind auch nur neben tannen weiß ich nicht wo die her sind und ja die benutze ich jetzt einfach und baue mir hier meinen eigenen wald zusammen so und das sieht doch schon mal schön aus wenn die birke hier so im hintergrund ist das heißt ich gebe mir jetzt hier auf meine birke etwas kleber und klebe mir die jetzt einfach mal hier dahinter wo ich denke das könnte ganz nett aussehen so ja also so man kann das wirklich richtig schön abstimmen jetzt und auch hier oben habe ich die birke dann wieder festgeklebt das heißt ich schneide mir wenn ich die die position jetzt für in ordnung finde schneide ich mir einfach das untere teil ab und jetzt kann ich hier weitermachen das heißt gibt mir auch hier oben etwas kleber ganz wenig nur und versuche die birke an diesem bogen festzukleben so und das kann man dann wenn das richtig angezogen ist der kleber kann man das dann super abschneiden so dann habe ich natürlich noch so ein teil und ja wie mache ich das dann mache ich das hier hin oder mache ich das lieber hier so man könnte das ja auch so in die mitte machen ja ich glaube ich klebe das jetzt mehr so auf der rechten seite fest und hier mache ich das jetzt mit dem zweiten teil genauso also wird wieder aufgesetzt in der höhe wie ich es gerne haben möchte dann schneide ich mir das wieder vorsichtig ab und klebe das ganze jetzt hier am oberen rand also am bogen dahinter einfach fest da muss man dann halt auch wirklich immer einen moment warten bis man das dann abschneiden kann hier drüben können wir es jetzt bereits abschneiden da ist es schon fest dann knipst ihr das einfach ab und auch bei dieser birke werden wir das auch gleich machen so und jetzt kommen die tannen ins spiel die sollen natürlich jetzt hier auch noch so daneben platziert werden ich fangen mal ganz links an da kommt jetzt diese hin und zwar gebe ich da jetzt auch einfach ein bisschen kleber hin dann nehme ich wieder meinen bogen und dann setze ich mir hier meine tanne dahin wo ich sie gerne haben möchte und schneide einfach das was übersteht wieder ab und so macht ihr das jetzt mit der ganzen box ja das ist jetzt fest das heißt wir können auch hier den rest der birke entfernen hier ist jetzt immer einen anderen bogen gefallen so das sind jetzt die reste und ja ihr lieben also so wird es gemacht stück für stück könnt ihr jetzt dort im hintergrund eine wunderschöne waldkulisse errichten mit euren ideen also so wie ihr das gerne haben möchte und wie euch das am besten gefällt und dann steckt man die bäume einfach hier dazwischen also man kann das ja wie gesagt wie ich das jetzt hier macht immer erst davor halten und dann einkleben so kann man immer sehen wie das dann aussieht man kann die bäume natürlich auch noch ein bisschen runterrutschen je nachdem ob es ein großer oder ein kleiner sein soll und dann setzt ihr die einfach hier nach lust und laune dazwischen und so könnt ihr den hintergrund wunderschön dekorieren so haben wir natürlich noch so ein bäumchen da können wir noch mal einen ganz großen machen würde ich sagen hier auf der rechten seite also machen wir nur hier unten am stiel etwas kleber dran und setzen die wunderschöne tanne jetzt hier auf der rechten seite noch ein also das sieht dann wirklich traumhaft aus ihr lieben und wie gesagt wer möchte kann dann auch zu später stunde wenn es irgendwo steht da auch noch im hintergrund so ein elektrisches teelicht einsetzen oder dahinter stellen das reicht schon um das mega schön zu beleuchten wir werden jetzt auch gleich noch einen spruch hier vorne drauf kleben um das ganze vielleicht auch noch zu verschenken ich möchte die natürlich auch noch verschenken und jetzt überlege ich gerade ob wir das noch mit dazu nehmen oder ob ich das weglasse ich glaube ich lasse diesen den baum weg denn es sieht so schon schön genug aus was meint ihr es ist einfach mega mega schön und ich liebe diese kleinen schwippbögen so ihr lieben also das heißt wir brauchen jetzt noch einen spruch dazu habe ich mir die mini weihnachtsgrüße ausgesucht und da suche ich mir jetzt noch einen spruch aus ihr braucht einen schmalen streifen und da wird jetzt noch etwas drauf gestempelt ich würde auch sagen wir nehmen die traumhaften weihnachtstage ja traumhafte weihnachtstage habe ich auch glaube ich noch auf dem stempel ich nehme den jetzt einfach nochmal und damit das ganze schön dezent wird nehme ich mir wieder ein anthrazitgrau und stempel das ganze jetzt hier auf meinen streifen wunderbar wunderbar jetzt schneide ich mir hier meinen kleinen groß noch aus und dann setze ich mir den mit drei kleinen 3d pads vorne an meinen bogen und dann ist das ganze werk auch schon vollendet so wunderbar so jetzt gucke ich mal das kann man per augenmaß machen und dann setzt man die größe einfach hier vorne auf den korpus ja und fertig ist unser wunderschöner schwippbogen ihr lieben ich bin total begeistert wie toll das aussieht wie gesagt man kann auch im hintergrund kleine häuschen drapieren und vielleicht einen kleinen schlitten mit geschenken also alles was ihr an stanzformen da habt könnt ihr für dieses projekt verwenden und es ist wirklich ganz ganz einfach zu basteln ja ihr lieben ich bin schon am ende angekommen das war's ich hoffe euch gefällt das video lasst mir doch gerne einen kommentar da oder ein däumchen nach oben ich wünsche euch einen wunderschönen ersten advent ganz viel spaß beim nach basteln und kreieren und solltet ihr lust haben dann schickt mir doch gerne mal eine e mail mit einem foto ich bin auch auf eure ideen sehr gespannt ja und ich hoffe auch dass ihr auch beim nächsten kreativ video wieder mit dabei seid ja dann eine schöne vorweihnachtszeit und bis dahin alles liebe tschüss tschüss